Oh mein Gott, Freunde, ich bin einfach in so einer Kiste aufgewacht. Ey, Leute, seid ihr auch hier? Ja, Fatih, Mann, wo sitzt ihr denn? Ja, ich bin auch hier. Pssst, yo, Leute, was geht ab? Mein Name ist Fatih, heute mal live wieder ein Video mit Herrn Obama, Leute. Oh, natürlich Ray. Hey, Leute. Leute, ich glaube, jede Box ist aus einem anderen Material. Meins ist aus Gips. Was ist mit euch, Leute? Meine Box ist aus Pappe. Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Ey, meine Box ist aus Metall. Wie soll ich denn hier rauskommen? Wie ihr hier rauskommt? Ihr müsst einfach mit mir spielen. Leute, hier ist einfach ein Clown. Was hast du denn erwartet? Wollt ihr mit mir spielen? Eigentlich nicht. Und was ist mit? Oh, hier. Warum, Clown? Warum? Hey, Clown, lasst uns hier raus und bespielen mit dir Fortnite. Fortnite? Keine Chance. Aber mögt ihr Challenges? Challenges? Aber mit meinen Regeln. Hi, mein Kleiner. Willst du hier raus? Ja, bitte. Dann spielen wir nach meinen Regeln. Ich gebe euch gleich Geschenke, um aus der Box rauszukommen. Ist das nicht klasse? Keine Sorge. Ihr kommt hier raus. Ihr müsst nur die Werkzeuge benutzen, die ich euch gebe. Und wie bekommen wir die? Ihr müsst nur die Aufgaben lösen. Und wenn ihr es am Ende nicht schafft, kriegt ihr sie trotzdem. Hä? Wo bleibt denn der Reiz, wenn wir die Sachen so nach so bekommen? Warte. Du hast recht. Ihr kriegt die Werkzeuge, aber wer hat dafür bestraft? Ray, kannst du nicht einmal deinen Maul halten? Jetzt hör mir gut zu. Um die Aufgabe zu lösen, musst du mit mir Schere, Stein, Papier spielen. Okay, das liebe ich ja. Schnick, schnack, schnack. Ja, Mann, ich bin der Beste. Hier ist dein Werkzeug. Oh mein Gott, Leute, einfach Boxerschuhe. Wie geil ist das denn? Ja, ja. Leute, das geht nicht auf. Vati, Vati, Vati. Für deine Aufgabe brauchen wir eine Mütze. Tada. Kopf oder Zahn. Ähm, ich sag Kopf. Kopf. Jupp. Und? Und, und? Kopf. Ja, oh mein Gott, ich hab gewonnen. Und Clown, was ist meine Waffe? Womit werde ich diese Kiste jetzt zerstören? Uh, damit eine Waffe. Ja, ja. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Was ist das denn? Schleim, ganz schleimiger Schleim. Hey, aber Clown, wie soll ich damit die Box zerstören? Haha, gar nicht. So, mein kleiner Glatzkopf. Ich stelle dir jetzt eine Frage über Vati. Wie viele Abonnenten hat Vatis Kanal in diesem Augenblick? Was, Bruder? Okay, warte, 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 warte. Ich bin mir ganz sicher, das weiß ich ganz genau. In diesem Moment hat Vati, äh, 922.000. Yeah, richtig. Wuhu. Abonniert den Kanal, dann packst du mir endlich Haare. Hier, dein Gegenspann. Leute, ein Holzhammer ist der Typ denn blöd für eine Metallwand? Merkt ihr selber, oder? Du Idiot. Hey, mein Champ. Alles gut? Ja, ey, du hast voll die schöne Augen. Du nicht. Wir machen jetzt ein Spiel. Wer zuerst die Augen schließt, der verliert. Ja, okay, alles klar. Junge, du kannst gar nicht gegen mich gewinnen. Ich will den ganzen Tag vorne und gucke den ganzen Tag auf dem Bildschirm. Hä? Nein, das war nicht. Du hast die Augen geschlossen. Nein, hör ich dich. Hey, da hast du. Hey, hör ich dich. Ey, hör auf zu Lügen. Hör auf zu Lügen, du Papier. Ja, gut, ja, gut, ja, gut. Schau mal, wer der hämmert. Oh mein Gott, ich glaube, der Hammer ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer weiß. Okay, dann los geht's. Nein, du kommst nicht raus. Gib mir den Hammer. Ey, warum? Nein, 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 nein. Wir sind noch nicht fertig. Hey, du Schuhe. Nein, 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 nein. Hä? Warum bist du so positiv? Hey, der Slime ist doch cool, Mann. Wir danken, dass du mir ihn gegeben hast. Damit kommst du aber hier nicht raus. Nur mit Glück kommst du hier raus. Wollen wir testen, ob er Glück hat? Hä? So, Fati. Jetzt testen wir mal dein Glück. Du sagst meine Zahl zwischen 1 und 6. Und wenn du die Zahl nicht drübst, dann kriegst du eine Bestrafung. Ey, Digga, willst du mich verarschen, Mann? Ich hab doch eine Chance von 1 zu 6. Wie soll ich da gewinnen? Meine Zahl. Jetzt. Äh, zwei. Zwei. Vorbei. Muak, 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 muak. Ey, wie soll ich da gewinnen, Mann? Das ist voll unfair, Mann. Guten Morgen. Oh, hier ist deine Waffe. Oh, krass. Eine Riesengabel. Oh, Leute. Sogar in Gold. Okay, Leute. Probieren wir es aus. Nein, nein. Komm, lass das nicht gewerhen. Nein, hör auf. Hör auf. Du schaffst das nicht. Nein. Gib das her. Nein. Nein, gib es her. Nein, bitte. Nein. 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 Leute, das war es wohl mit der Riesengabel. Wie geht es uns denn? Äh, könnte besser sein. Da habe ich das Richtige. Wie wäre es in einer Runde? Tick, tack, tor. Hm. Das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. Du bist schon. Ich, ich, ich habe gewonnen. Ach, geht auch diagonal. Ja. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Jetzt kommt deine Bestrafung. Oh nein. Was denn noch? Äh. O, S, E, R für Loser. Alter. Und hier ist dein nächster Gegenstand. Ein Schraubenschlüssel. Das hilft mir nicht weiter. Ich brauche was anderes. Na, Ray, hast du so Langeweile wie ich? Bevor ich dich rauslasse, habe ich noch eine Kleinigkeit für dich. Und die wäre? Die wäre es mit einer Runde Schach. Junge, ist das dein Ernst? Junge, ich werde dich eh besiegen. Ich bin so krass ein Schach. Komm, pack's aus, Leder. Ich nehme dich jetzt richtig auseinander. Halt das aus. So. Junge, ich habe doch gesagt, du bist schlecht, Mann. Junge, ich bin einfach zu krass, Junge. Warum bist du so gut? Junge, ich bin einfach ein Genie. Wolltest du schon mal einen Ninja sein? Oha, Junge. Ich habe immer eine Ninja-Waffe. Oha, Junge. Oha, das ist einfach kaputt gegangen. Hi, Vati. Hi, Clown. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ein Geschenk? Ja. Ja? Was denn? Tada. Das ist für dich. Du hast das jetzt mal auf und sagst mir, was das ist. Das ist doch voll normal, Junge. Das sind Chips, Alter. Was ist das, Mann? Was ist das? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Obwohl er verloren hat, kriegt der was. Und zwar, diese tolle Säge. Hör damit, Mann. Hör damit. Nein, 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 nein. Nicht so schnell. Die darfst du natürlich nur mit dieser tolle Brille benutzen. Los, zieh mal ein. Ja. Guck, guck. Du bist. Guck. Hier. Ist hier Gips? Leute, ist hier das Gips? Ist doch hier, oder? Vati, das bringt nichts. Wie geht das hier? Du verrätst dich noch. Wann. Hallo, mein Loser. Hier kommt deine nächste Aufgabe. Alter, danach ist aber Schluss, ne? Deine nächste Aufgabe ist, dass du die Zitronen essen musst. Alter, danach ist aber Schluss. Du kannst mit der anderen beiden weiter spielen. Weißt du, ich hab einen neuen Termin, weißt du? Na, gib mal her. Na ja, das soll ja ganz gut sein, Leute. So Vitamin C und so, ne? Ja. Warte, warte. Okay, Leute. Drei, zwei, eins. Du machst das ja wirklich. Ja, was? Ja. Jetzt wirst du nie wieder krank. Wir können länger spielen. Und hier ist dein Geschenk. Alter, wie soll ich denn damit rauskommen? Sag mal, bist du total blöd. Aber jetzt haben wir die gleiche Frisur. Na gut, wenn ich die schon mal habe, dann kann ich sie auch anziehen. Gebt dem Video ein Like, wenn ihr findet, dass ich gut aussehe. Hast du einen Spiegel? Was ist das? Juno, was ist das? Juno, bist du bekloppt? Hallo, rede doch mal mit mir. Hä? Hä? Juno, du willst mich doch verrückt machen. Du bist doch verrückt. So. Wo ist der Ball? Ich weiß nicht, dass du das hier bist. Das ist hier. Hier kommt die Bestrafung. Eine kleine Erfrischung. Hier kommt dein Gegenstand. Oh mein Gott, danke. Oh mein Gott, Juno. Zeig uns, wo der Hammer hängt. Oh mein Gott. Und drei, zwei, eins, go. Oh mein Gott, Leute, ich habe es nicht geschafft. Raus hier. Oh mein Gott, was willst du von mir? Oh mein Gott, was willst du von mir? Vati, was siehst du hier? Ein Ball? Nein, eine Nase. Diese Nase nehme ich jetzt in meine Hand. Und jetzt frage ich dich, Vati, wie viele Nasen habe ich hier in meiner Hand? Fünf. Vier. Einer? Ich habe so gesehen, eine. Wirklich, eine? Ja. Eine. Zwei. Eine. Sicher? Ja, eine war was. Ja. Ja. Schokolade. Es waren nämlich zwei. Du hast verloren. Woher kommt der andere her? Du hast es runtergefahren. Was ist das? Ist die Luft da drin nicht stickig? Hui. Ah, ah, was war das? Ey, er hat damit das reißt, Mann. Ah, ey. Diesmal gibt es ein richtiges Männerspielzeug. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, Leute, was ist das denn? Oh mein Gott, Leute. Ich denke, sowas soll rausgehen. Oh mein Gott, Leute, sei verloch. Oh mein Gott, Freiheit. Was willst du denn schon wieder? So, jetzt testen wir mal dein Glück. Toll. Davon habe ich in letzter Zeit ziemlich viel, wie man sieht. Glück oder Bestrafung. Komm, 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 komm. Weiter, weiter. Ja, ha, 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 Glück. Mein Glück ist, dass ihr mich jetzt hier rauslässt, oder? Komm, komm, komm. Guck mal, was ich bin ich hab. Ja, eine Flex, Leute. Jetzt komme ich hier raus. Ha, 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 ha. Yes. Okay, Leute, aber Sicherheit geht vor. Los geht's. Ja, endlich, Freiheit. Guck, guck. Ey, wo willst du denn hin? Ach, Mann, Leute. Du hast gesagt, das wäre die letzte Challenge gewesen. Kannst du uns nicht einfach in Frieden lassen? Warum soll ich mich freilassen? Die Leute mögen mich doch. Ich möchte auf eurem Kanal sein. Boah, wisst ihr was, Leute? Ich habe keine Lust mehr auf diese Challenge. Leute, das war es mit dem Video mit Herrn Obama. Und Ray. Oh, der Clown. Ihr dürft mich doch nicht vergessen. Juhu.